Mah, wieder nicht bei der Wohnbauförderung zu kommen. Ja wie, wieso hat es nicht geklappt? Ihr wisst, auf der deutschen Wohnbilliste kommen vor mir der Mahid, der Abdul und der Mohamed. Das kann es echt nicht sein. Offiziell werden nur 10% der geförderten Wohnungen an Einwanderer vergeben. Fakt ist, die ungeregelte Zuwanderung hat dazu geführt, dass viele Ausländer schon Staatsbürger sind und auf den deutschen und italienischen Ranglisten Südtiroler Familien verdrängen. Am 21. Oktober die Freiheitlichen wählen. Geben Sie Südtirol wieder in sichere Hände.